Bluse oder Hemd wirkt offiziell, schick und seriös, macht einen kompetenten Eindruck. Ideal für Arztpraxen, die Wert auf Stil und Design in ihrer Praxis legen und die auch hochpreisigere Behandlung und Dienstleistung anbieten. Wenn Sie am Empfang Ihre Mitarbeiter mit Blusen und Hemden ausgestattet haben, macht es natürlich einen ganz anderen Eindruck als mit T-Shirts. Auch in der Arbeit am Patienten sieht es anders aus, wenn Sie mit einem Hemd oder einer Bluse arbeiten. Wir haben das oft, dass Ärzte gerne Hemden und Blusen anziehen und die Mitarbeiterinnen dann Pullo-Shirts oder T-Shirts bekommen. Dass es einfach schon durch die Art der Kleidung erkannt wird, okay, ich habe jetzt hier mit einer Ärztin zu tun und nicht mit einer medizinischen Fachkraft. Hemden und Blusen brauchen natürlich etwas mehr Pflege. In der Regel müssen Sie gebügelt werden. Und die Bewegungsfreiheit ist etwas eingeschränkter als beim Polo-Shirt, auch wenn viele Hemden und Blusen mittlerweile einen Stretch-Anteil haben. Der Stoff bei einer Bluse ist natürlich etwas dünner, gerade wenn es jetzt weiße Blusen sind, empfiehlt sich weiße oder hautfarbene Unterwäsche für die Frauen, damit sich nichts durchzeichnet. T-Shirt, Polo oder Bluse? Welcher Stil passt zu Ihnen? Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir beraten Sie gerne.